Was muss noch passieren, damit du's einsiehst? Dein Spiel ist aus, die Zeit ist um, schützt du Extremisten vor der Verfassung oder was, gedacht, was eigentlich andersrum? Dir selbst und uns allen tätest du einen großen Gefallen, das Vertrauen in dich ist längst zerstört. Kein Durchblick vorhanden und dann haben auch noch wir dich falsch verstanden. Nee, ist klar, Rücktritt seems to be, Rücktritt seems to be the hardest word. Der eine baut ewig nen Flughafen, der andere baut beim G20 Mist. Der dritte macht sich nur zum Vollhorst, weil Politik nicht sein Thema ist. Wo-wie ging's spät, aber er ging dann, Hans-Georg, Olaf Forst blieben da. Jetzt fühlt sich wo-wie-wie-klein-doh-wie, weil niemand mehr seit wo-wie-wie-wo-wie-war. Euch selbst und uns allen tätet ihr einen riesen Gefallen, das Vertrauen in euch ist längst zerstört. Ihr wollt es nicht wissen, aber eure Bilanz ist beschissen. Rücktritt seems to be, Rücktritt seems to be the hardest word. Vielen Dank.